Hallo YouTube! Heute wollte ich mit euch die hebräischen Zahlen von 0 bis 10 durchgehen. Und ein Freund von mir, vielen Dank, David, hat mich auf die Idee gebracht, das auch in Spanisch und Englisch zu machen. Also, falls ihr das auf Englisch sehen wollt, drückt ihr hier oben. Und falls ihr das auf Spanisch sehen wollt, drückt ihr hier oben. Ich fang mal an. Eins heißt Achat. Zwei heißt Stein. Drei, Shalosh. Vier, Arba. Fünf, Chamesh. Sechs, Shesh. Sieben, Sheva. Acht, Shmone. Neun, Tesha. Zehn, Esser. Eins heißt Achat. Eins heißt Achat. Zwei heißt Stein. Drei, Shalosh. Vier, Arba. Fünf, Chamesh. Sechs. 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 Sieben, Sheva. Acht. Schmone. Neun, Tesha. Zehn, Esser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.